Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video. Ich möchte mit euch über das Thema Loslassen, Vergeben, Verzeihen sprechen. Weil das ist für mich in diesem Jahr ein ganz, ganz großes Thema. Weil 2018 ist so viel passiert wie sonst noch nie zuvor in so komprimierter Form. Und ich möchte einfach, dass mich die Geschehnisse aus 2018 in 2019 nicht mehr beeinflussen. Und das würden sie aber tun, wenn ich mich nicht aktiv darum kümmern würde. Fangen wir mal an mit dem Thema Loslassen. Also einfach alte Erinnerungen loslassen oder auch alte Verletzungen loslassen. Weil ihr kennt das glaube ich alle. Da kommt irgendwie so ein Trigger von außen und dann kommen die Gefühle aus dieser Situation komplett geballt wieder hoch. Man durchlebt das wieder alles und durchdenkt das wieder alles. Und das kann sich dann Stunden oder auch Tage ziehen. Da spielt ja unser Kopf dann auch ganz, ganz viel mit. Oder auch so Streitgespräche. Wenn wir einen Streit hatten, dass wir dieses Streitgespräch immer wieder durchspielen. Oder dass wir in unserem Kopf formulieren, was wir anstelle dessen eigentlich gar nicht gesagt hätten. Das kennt glaube ich jeder von uns. Dass man dann immer wieder solche Dinge durchspielt. Und ich möchte das einfach in 2019 nicht mitnehmen. Das sind Dinge, die sind passiert. Die kann ich nun mal nicht ändern. Die sind passiert und sie sind Teil meiner Geschichte. Aber ich kann beeinflussen, was sie jetzt noch für einen Einfluss auf mich haben. Und ich möchte, dass sie... Ich möchte nicht mehr. Also es ist aktuell noch so. Aber ich möchte einfach nicht mehr, dass sie meine Gegenwart und vor allen Dingen meine Zukunft weiterhin beeinflussen. Also ich möchte mich nicht mehr schlecht fühlen wegen Dingen, die halt vor Monaten passiert sind. Und deswegen ist Loslassen ein ganz wichtiges Thema. Alte Erinnerungen einfach loszulassen. Und Vergeben und Verzeihen spielt da aber auch eine Rolle. Also es gibt zum Beispiel Dinge, die ich mir selbst noch vergeben möchte. Es gibt aber auch Dinge, wo ich anderen Personen verzeihen möchte. Und das heißt nicht, das ist ein Trugschluss, schnell missverstanden. Das heißt nicht, dass ich diese Dinge gutheiße, die passiert sind. Oder dass ich nachgebe oder mich unterwerfe oder was auch immer. Das ist etwas, was ich nur mit mir ausmache. Das mache ich nicht mit dieser Person aus, sondern nur mit mir selbst. Und es ist einfach so, ich heiße die Dinge nicht gut, die passiert sind. Aber ich vergebe demjenigen das, was passiert ist. Denn damit erreiche ich, dass diese Situation mich eben nicht mehr beeinflussen kann. Das ist also etwas, was ich nicht für diese andere Person tue. Sondern etwas, was ich nur für mich tue. Für mich, für meinen Seelen heilen. Damit es einfach nicht mehr so einen starken Einfluss auf mich hat. Und das mache ich jetzt ganz vermehrt im Dezember durch verschiedene Sachen. Zum einen mache ich ja bei so einem Journaling-Adventskalender mit, wo man einfach nochmal 2018 ein bisschen reflektiert und schon Pläne schmiedet für 2019. Ist relativ oberflächlich gesehen. Also man geht da jetzt nicht so extrem tief ins Gefühl rein. Aber da stehen auch noch so ein paar To-Dos auf meiner Liste, wo ich so ein paar Sachen gerne noch machen möchte, wo ich weiß, das wird auch wehtun. Da werde ich traurig sein, da werde ich wütend sein. Aber genau das muss passieren. Du musst nochmal durch die Emotionen in dieser Situation durchgehen, um es abschließen zu können. Das ist etwas, davor habe ich mich früher sehr arg gefürchtet. Fürchte ich mich immer noch davor. Ich glaube, das möchte niemand. Also sich selbst absichtlich in die Situation nochmal versetzen, das alles nochmal durchleben zu müssen. Aber es ist der Weg daraus. Es ist der Weg, um das loslassen zu können, um das abschließen zu können. Und das möchte ich sehr gerne tun. Ich möchte 2019 einfach frei sein von diesen Belastungen von 2018. Ich werde auch die rauen Nächte, die ja bald anstehen, auch dafür nutzen, all das loszulassen, mich frei zu machen für Neues. Darüber mache ich nochmal ein extra Video über die rauen Nächte, wo ich euch erkläre, wie ich das mache, weil ich mache das tatsächlich in diesem Jahr auch zum allerersten Mal. Da gibt es so verschiedene Riten, was man dann so machen kann. Auch beim Thema Loslassen und Verzeihen gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Einfach so, was für den einen oder anderen einfach am besten passt. Und ich fand den Dezember einfach sehr, sehr passend dafür. Einfach zu sagen, hey, das war jetzt 2018, damit möchte ich abschließen und ich möchte, dass das keinen negativen Einfluss auf mein Ich in 2019 hat. Und ich möchte mich frei machen für diese Wunder in 2019. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Rucksack, den du auf dem Rücken hast. Und da sind jetzt diese ganzen schweren Belastungen von 2018 noch drin. Und diesen Rucksack, den möchte ich einfach gerne ausleeren, damit er wieder leer ist für die Wunder, die in 2019 reinkommen. Denn ich möchte irgendwann auch an diesen Punkt kommen, wo ich sage, Belastungen, die kommen gar nicht mehr in meinen Rucksack. Da kommen nur noch die tollen Sachen rein, die tollen Erinnerungen und die tollen Wunder rein. Aber das ist einfach auch ein Prozess. Und weil das für mich gerade so ein wichtiges Thema ist und weil ich den Dezember so sehr passend dafür finde, habe ich auch die farbenfrohe Mama-Auszeit im Dezember unter dieses Thema gesetzt. Altes Loslassen, Vergangenes Loslassen und sich freimachen für die Wunder in 2019. Das neue Willkommen heißen. Und wir werden da einfach 70 Minuten lang live, also ich werde nur quatschen, ihr dürft zugucken und mitmachen, so eine ganz entspannte Auszeit haben. Und in dieser Auszeit wird es aber nicht nur so sein, dass ihr mir da zuschaut und ich euch da ein bisschen entertaine, sondern dass wir zusammen erreichen, dass wir eben Altes loslassen können, uns freimachen können für das Neue, dass wir Personen vergeben. Ich werde euch da anleiten. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Einiges werden wir auch einfach da zusammen machen können. Und wenn ihr da Lust habt, wenn das ein Thema für euch ist, findet ihr jetzt alle Informationen dazu unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch das alles nochmal ganz genau durchlesen, was wir machen werden. Es wird dann auch so sein, dass ich das Ganze aufzeichnen werde, also die Aufzeichnung im Nachgang noch bekommt, damit ihr es euch einfach nochmal und nochmal und nochmal angucken könnt. Ihr werdet auch so ein kleines Workbook als PDF bekommen, wo nochmal die Übungen drinstehen, die wir auch da zusammen machen. Weil einiges, es gibt halt Dinge, es gibt vielleicht mehrere Personen, den ihr vergeben müsst. Oder es gibt verschiedene Rituale, die man dann einfach nochmal gerne wiederholen möchte oder die man vielleicht alleine in Ruhe für sich machen möchte. Und dafür ist dann das Workbook da, dass ihr da einfach nochmal ganz genau nachlesen könnt. Aber wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne in die Infobox. Aber was ich mit diesem Video wirklich erreichen möchte, ist, dass ihr selbst für euch schaut. Gibt es Dinge, die ich loslassen möchte, die ich in 2018 lassen möchte? Und gibt es da noch Menschen, denen ich vergeben möchte? Muss ich vielleicht mir selbst noch irgendwas vergeben? Und wenn dem so ist, dann das auch wirklich anzugehen, es nicht auf die lange Bank zu schieben, sich nicht davor zu drücken. Ich habe mich jahrelang vor solchen Dingen gedrückt. Und das wird dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann muss man sich darum kümmern, wenn man nicht möchte, dass es das Leben weiterhin so negativ beeinflusst. Und das ist hart und das ist scheiße. Und man muss da aber nochmal durch. Ansonsten geht es einfach nicht. Man muss durch den Schmerz, durch die Gefühle, durch die Erinnerungen nochmal durch, um da rauszukommen. Einen anderen Weg gibt es einfach nicht. Der Verarbeitung des Loslassens, des Vergebens. Und ich hoffe, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich hoffe, dass ihr darüber nachdenkt. Gibt es etwas, was ich loslassen möchte? Gibt es einen Menschen, dem ich vergeben möchte? Und wenn dem so ist, das auch wirklich anzugehen. Die Kraft zu haben, den Mut zu haben, das nochmal anzupacken. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Ich schicke euch auch ganz viel Kraft dafür. Und würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, gibt es Dinge, die ihr loslassen möchtet? Gibt es Personen, denen ihr noch verzeihen müsst? Und wir sehen uns dann hoffentlich bei meiner Farbenfrohen Mama Auszeit. Genau zu diesem Thema. Und ansonsten sehen wir uns dann hier bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Schuss.